Die Motoren bewegen unsere Welt. Aber wissen Sie, was hinter diesem kleinen Kraftpaket steckt? Kurz gesagt, ein Motor wandelt Energie in Bewegung um. Er nimmt Energie auf, sei das in der Form eines Kraftstoffes oder in diesem Fall vom elektrischen Strom, und nutzt sie zum Beispiel, ihr Auto anzutreiben oder Wasser zu pumpen. Elektromotoren sind in unserem Alltag omnipräsent, aber oftmals sieht man sie gar nicht. Sie sind so viel im Einsatz, dass von der weltweit produzierten Energie 40% allein von den Motoren verbraucht werden. Deshalb haben die Regierungen weltweit Energieeffizienzstandards definiert, um den Verbrauch zu minimieren und gleichzeitig Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die beste Energie ist nämlich die Energie, die man nicht verbraucht oder nicht in Wärme umwandelt. Darum bieten wir von der ABB Antriebslösungen an, die die Standards entsprechen und erfüllen oder sogar übertreffen. Für mehr Energieeffizienz und eine nachhaltigere Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 5 Jahre 5 Jahre